Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonnier unseren Kanal. Bis dann.